Herzlich Willkommen zu einem neuen Game. Gucken wir mal rein hier in Castle Flipper, wo sich Schnecke, Hase und Reh einstellig eingeben. Ja, ich schaue da einfach mal blind rein, gucke mir das Game an, was es so kann. Es ist gerade die Version 0.20.15 und wir schauen uns das Ganze mal blind an. Ich habe noch auf nichts geklickt. Ich hoffe, der Sound passt und wir gehen einfach mal rein. Also, legen wir los. Ja, wie gesagt, ich glaube, der Sound sollte eigentlich passen. Gehen wir rein in das Game. Neues Spiel erstellen. Kingdom. Kingdom aller. Kingdom on Fire auf jeden Fall. Königreich erstellen. Ja, diese ganze Serie, Flipper, also quasi alles wieder herstellen. Hausflipper und sowas hatten wir ja auch schon gezockt. Wenn das so ähnlich ist, kann das ja eigentlich nur gut werden, ne? Gucken wir uns erstmal hier ein wenig um. Guck mal tatsächlich hier die kleinen Schnecken, ne? Das ist aber schon geil. Das ist aber schon geil. Rennen hier die kleinen Schnecken rum, Alter. So, was sagt er? Das könnt ihr im Moment nicht. Okay, gehen wir hier erstmal hin. Stück für Stück. Okay. Aushang. Dies ist ein Aushang. Schaut immer mal nach, um zu sehen, ob jemand eure Hilfe benötigt, damit ihr etwas Geld verdienen könnt. Äh, wählt das gewünschte Angebot aus und drückt E, um es anzunehmen. Ja, ja. Drück Kuh, um die gewählten Aufträge zu sehen. Unser Lager wurde von einer Windhose zerstört. Alles klar. Feldarbeit. Oh, 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 oh. Amtmann Thomas. Okay, wir müssen den Unrat beseitigen. Und so was alles bringt uns. Tausend Ocken. Haben wir denn jetzt schon irgendwas? Lager annehmen. Ah, okay. Und man kommt direkt dahin. Aber ich hatte ja noch gar kein Werkzeug, ne? Willkommen! Ihr habt gerade euren ersten Auftrag angenommen. Äh, begonnen. Okay? Um ihn abschließt, um ihn abzuschließen, müsst ihr alle Aufgaben erfüllen und mindestens 80% des Unrats und der Schmutzflecken entfernen. Schmutz! Erstmal ein bisschen um... Ah, guck mal hier. Das ist auch schon geil, ne? Das ist schon ganz schick gemacht hier. Und die Hütchen hier rumrennen. Mega gut, ey. Ja, geil. Reparieren auch noch. Ah, okay. Hebt, um Gegenstände zu reparieren, ein Teil durch Drücken von E auf und platziert es anschließend an der richtigen Stelle. Cool. Welche Materialien, bla 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 und so weiter. Cool. Das heißt also, sowas wie so eine Säule. Aufheben. Platzieren. Mit WS könnt ihr euch an einer Leiter hinauf bzw. abbewegen. Okay, sehr schön. Machen wir jetzt hier gerade nicht. Plümp. Okay, das ist schon geil. So, zack, zack. Plüpp, plüpp, plüpp. Hier ist noch der Letzte. Machen wir mal ein bisschen Gas hier. Wir müssen ja auch nochmal fertig werden heute. Tja, ist gut. Okay, was haben wir noch? Gehen wir mal zu den nächsten... Ah, okay. Ah, okay. Ich kann einfach... Ich kann einfach grabben. Dann grabben wir mal hier den ganzen Sermon erstmal weg. Hier, für die Hühner. Nehmen wir auch alles weg. Die Hühner nehmen wir auch weg. Zapp, 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 zapp. Erstmal weg mit dem Ganzen. Klar. Weißt du, alles was dazugehört. Alles was dazugehört. So Heuballen, Hühner. Ah, okay. Hier können wir... Oh, okay. Das machen wir gleich. Dann können wir dann die Bretter und Balken hier wieder voll machen. Wählt, um einen Baum zu fällen. Die Tätigkeit. Axt. Axt. Okay. Mit der linken Maustaste. Haben wir das denn jetzt schon? Haben wir tatsächlich. Axt. Zerstören. Und putzen. Mega. Okay. Das heißt, wir müssen bestimmt hier den Baum weg axten. Dann axten wir mal. Axt. Okay. Da rein. Oh, cool. Fühlt sich... Alter. Drei Schläge. Easy, ey. Tapp zerstören. Okay. Bam. Geil. Mit so einem fetten Hammer. Kann ich die Fässer zerstören? Leckereien. Eine Tasse Sauermehl. Sauerteigbrot oder was? Ich weiß nicht, was das bringt hier. Aber wir... Ja. Ja. Ja, ja. Haben wir jetzt hier. So. Kann ich noch was zerstören? Das sieht doch... Ach so, ja. Tapp Axt. So. Alter. Und jetzt haben wir hier ein Klotz. Aus dem ganzen riesen Baum ist jetzt hier ein Klotz gekommen. Oh, ich hab hier drin noch gar nicht sauber gemacht. Ja, aber so. Erster Eindruck ist das schon ganz gut. So die... Die klassischen... Die klassischen Mechaniken. Dass man hier quasi einmal eben alles durch... Aufsammelt und zur Seite räumt. Das fängt da schon gut an. Ich find's halt schade, dass die ganzen Hühner ihr Stroh und so. Das wird ja auch alles weggeräumt. Okay, da gehen wir gleich hin. Haben wir hier alles? Ne, hier auf der Rückseite war das noch mit den ganzen Brettern. Da gehen wir mal schön... Die Bretter jetzt hier dran machen, ne? Das heißt, das müssen wir bestimmt hier... Nö, gar nix. Weglegen. Da. Okay, das sind die großen Bretter. Wohin auch immer die gehören. Und ich hab jetzt grad aber hier... Kann ich das wieder ablegen? Nein, jetzt nehm ich zwei auf. Nein! Was aber praktisch ist, ich kann zwei aufheben. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. So. Wo waren denn die großen? Zapp, zapp, zapp. Wo waren denn die großen Bretters? Wo fehlen die denn? Hier irgendwie außen in der Fassade? Ich hab noch gar nichts gesehen. Fehlt da irgendwo was? Das muss ja auch noch so grün markiert sein dann, ne? Nö, hier außen fehlt nichts. Oder oben. Ach, bestimmt oben. Siehste? Da. Ach, wat ein Giraffe. Wie krieg ich das denn jetzt? Jetzt muss ich das alles mal... Okay. ...zapp, zapp, zapp. Zum Glück kann man nur unhunterspringen. Uh, ne riesen Box ist da oben auch noch. T-T-T-T-T-T-T-T-T Zerstören Wählen, um einen Gegenstand zu zerstören Tätigkeit zerstören, zerstören, zerstören Zerstören, zerstöre es mit zerstören Bam Oh, und es gibt Schätze Beim Erkunden der Welt lohnt es sich auch einen Blick in die kleinen Ecken zu werfen und sogar in die kleinsten Ecken An vielen Orten sind Kisten oder andere Wertsachen versteckt und warten nur darauf gefunden zu werden Baut euer Vermögen auf und schaltet und sammelt und so weiter und nehmt alles mit, was ihr kriegen könnt Oh, Alter, Gold Ja, Alden, da greifen wir doch mal da greifen wir doch mal zu, oder? Was haben wir denn hier? Treibstoff Nein Ein einmal klares Wasser eine Handvoll rote Steinasche trockene schwarze Erde galaxianischer Kristall Klingt eher nach einem Abführmittel, Alter auch eine Art Treibstoff So, warte mal fehlen da hinten da fehlen bestimmt noch Bretter oben Ah ja, da hinten Das heißt, da muss ich doch schon direkt rüber Hepp Und dann holen wir mal eben da drüben noch schnell machen wir da die Bretter fertig Die Bretter, die die Welt bedeuten So Schön Zapp Ja Dreck gesehen Also, gehen wir hier nochmal mit unserem mit unserem Besen Manchmal stößt Stößt auf eingestürzte oder schwer zugängliche Bereiche Dann kriege ich hier nochmal durch, Alter Schönes Tutorial Das ist natürlich jetzt sehr praktisch gewesen Okay Also Augen aufhalten Es gibt also viel zu entdecken Und vieles, was man an Bonus wohl noch abkassieren kann Ich habe das Gefühl, dass sie noch einiges fehlen würde Aber ich glaube, ich bin Ne, es ist noch ein bisschen Unrat Es ist noch Unrat da Drei Unrat muss hier noch irgendwo sein Ha Eins, zwei, drei Bäm, Alter Jetzt aber Erfüllt in 09 Zurück zum Haus Siehste Sehr schön Also, das hat doch schon mal super funktioniert Das heißt, wir sind jetzt hier Was für ein Durcheinander Aber jetzt haben wir ja das Tutorial erledigt Und ich würde sagen Dann gucken wir beim nächsten Mal rein Was wir denn hier aus unserer Butze machen Wir n sulf uns mit einer Musik Wir n dependencies Wir n防 singing Und dann